Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Märzlegungen. Für diejenigen, die möglicherweise heute zum ersten Mal bei mir gelandet sind, diese Monatslegungen haben folgenden Aufbau. Es gibt am Anfang so ein kleines Intro, wo ich eine kleine astrologische Vorschau über den März erzähle. Was da am Himmel so im März passiert und welche Energien das so mit sich bringt. Und dann geht es eben weiter mit der Legung für den Sternzeichen. Für diejenigen unter euch, die sich mehrere Videos anschauen oder die keine Lust haben auf die allgemeinen astrologischen Energien, unten in der Infobox ist ein Hinweis, wann das übersprungen werden kann und wann es dann angeht mit der Legung für dein Sternzeichen. So, wir haben einen sehr, 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 sehr aufregenden, intensiven Monat vor uns. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das Wassermann-Zeitalter beginnt. Und dieses Video findet ihr jetzt hier oben verlinkt, denn da habe ich sehr ausführlich über einige Aspekte gesprochen, die jetzt eben im März sind, unter anderem Saturn in den Fischen, Pluto im Wassermann und auch das astrologische Neujahr. Deswegen halte ich mich jetzt hier in diesem Intro ein bisschen kürzer, weil ich mich auch ungern wiederhole. Aber für diejenigen, die es interessiert, jetzt hier oben ist eben dieser Link, wo ihr euch das ganz ausführlich anschauen könnt, was für ein großer Monat da auf uns wartet. So, beginnen wir, meine Lieben. Der März beginnt am 2.3. mit Merkur im Sternzeichen Fische. Merkur wechselt in die Fische und Merkur ist unser Kommunikationsplanet. Das heißt, Fische ist sehr auf die emotionale, auf die seelische Ebene fokussiert. Das heißt, wir können damit rechnen, dass in unserer Kommunikation und auch in unserem Dialog mit uns selbst ganz viel Emotion mit reinfließt. Wir bringen unsere Gefühle zum Ausdruck. Wir reagieren möglicherweise auch ein bisschen sensibler. Aber wir haben auch eine sehr, sehr gute Gabe, zwischen den Zeilen zu lesen, Schwingungen wahrzunehmen und das in unserer Kommunikation zum Ausdruck zu bringen. Dann am 7. März ist der Vollmond in der Jungfrau und auch Saturn zieht in Sternzeichen Fische ein. Jungfrau und Fische stehen sich gegenüber. Also das sind tatsächlich bipolare Aspekte. Aber zum Vollmond in der Jungfrau steht Handle inspiriert. Das heißt, es kann sein, dass wir Inspiration, wir sind ja auch in der Fische, also Fischeenergie ist eine unglaublich kreative und inspirierende Energie. Und wir sind ja auch gerade in der Fischezeit. Es kann sein, dass wir von irgendetwas inspiriert werden. Ob von uns selbst, von unserer höheren Macht, von anderen Menschen. Und dass es jetzt mit dem Jungfrau-Vollmond darum geht, seine Tagesroutinen zu ändern, bestimmte Verhaltensweisen abzulegen, einen gesünderen Lebensstil in sein Leben einzugliedern. Also Jungfrau-Energie ist immer sehr auf das, was wir den ganzen Tag tun, das, womit wir den ganzen Tag Zeit verbringen, mal auf den Prüfstand zu stellen und sich möglicherweise eben neue Routinen anzugewöhnen. Zeitgleich, habe ich ja gerade gesagt, das 7.3. Saturn in Fische. Saturn, der Planet, der für Strukturen sorgt, aber auch Strukturen aufbricht, zieht jetzt bis Januar 2026 in das Sternzeichen Fische ein und hat da auf jeden Fall ein paar größere Jobs. Wie gesagt, sehr ausführlich spreche ich in diesem anderen Video darüber, aber es ist auf jeden Fall einer der größeren Transite. So, dann ist es mal ein paar Tage ruhig. Aber am 16.3. zieht Venus unser Liebesplanet in sein Heimatsternzeichen Stier ein. Venus fühlt sich im Stier total wohl. Das heißt, da geht es darum, Safe Spaces zu schaffen, wirklich neue Strukturen auch aufzubauen, gerade in seinen Liebesbeziehungen Sicherheit zu finden und sich da definitiv wieder wohl zu fühlen. Drei Tage später, am 19.3. zieht Merkur unser Kommunikationsplanet von den Fischen in den Widder. Da wird unsere Kommunikation definitiv wieder ein bisschen impulsiver, ein bisschen leidenschaftlicher. Da können wir uns sehr gut durchsetzen, da können wir sehr gut zum Ausdruck bringen, was wir wirklich sagen wollen. Da fühlen wir uns stark. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu impulsiv sind und andere nicht auf den Schlips treten oder so. Also, das ist mit Widder, Merkur manchmal so ein bisschen, da können die Pferde mit uns durchgehen. Sagen wir es, wie sie ist. So, dann 20.3. die Sonne zieht in das Sternzeichen Widder ein und dann beginnt das astrologische Neujahr. Wir haben ein Marsjahr, auch dazu erzähle ich in diesem Video ausführlicher davon. Aber das ist der Startpunkt tatsächlich für eine neue Reise. Der Nah wird auch oft mit Widderenergie dargestellt, da mit Widder alles beginnt. Genauso wie im Tarot die Reise mit dem Nah beginnt. Und deswegen können wir sagen, am 20.3. beginnt eine neue Reise für uns alle. Am 21.3., einen Tag später, haben wir den Neumond in Widder. Also, wir haben jetzt Merkur in Widder, die Sonne in Widder und den Neumond. Und hier steht nichts wie ran. Und das repräsentiert genau diese Energie. So, wir sind voller Tatendrang. Wir haben Lust, Dinge umzusetzen. Wir wollen machen. Widderenergie ist eine totale Macher-Kämpfer-Energie. Diese geballte Widderenergie, sie macht uns stark. Sie macht uns leidenschaftlich. Sie macht uns unabhängig. Wir können uns sehr gut durchsetzen. Und diese Karte nichts wie ran sagt mir einfach, so handle inspiriert. Alles, was davor passiert ist, jetzt darf es losgehen. Jetzt darf es anfangen, Gestalt anzunehmen. Dann, 23.3., das größte Happening, das wir jetzt im März haben. Pluto zieht, Pluto, der Planet der Veränderung, der Transformation, zieht in Sternzeichen Wassermann ein. Fürs erste Mal seit 180 Jahren. Und das ist eine große, große Veränderung. Das kann ich schon mal sagen. Da geht es um Awakening, da geht es um den Ruf seiner Seele hören. Das Gericht ist so eine Scheideweg-Energie. Das sind die Tage, die unser Leben verändern könnten. Da kommen neue Informationen zu uns. Das kann definitiv so eine Wiederauferstehungs-Energie sein, wo möglicherweise auch viel Klarheit reinkommt. Und wie gesagt, zu diesem Pluto-Wassermann-Zeitalter erzähle ich ganz, ganz viel. Deswegen wird das jetzt hier nur so ein bisschen runtergerissen. Habe ich ja gerade gesagt, wen es interessiert, schaut euch gerne dieses Video an. Und dann haben wir am 25. März zieht Mars in das Sternzeichen Krebs ein. Und ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben diese geballte Witter-Energie und Mars ist der Herrscherplanet von Witter. Also Mars steht ja auch für Umsetzung, die männliche Energie, die Kraft des Handelns, Durchsetzungsvermögen und so. Aber eigentlich würde ich behaupten, dass sich Mars im gefühlsbetonten Krebs-Sternzeichen gar nicht so wohl fühlt. Aber ich glaube, dass uns diese emotional betonte Energie mit dieser ganzen Durchsetzungs-Energie ganz gut tut. Da geht es einfach darum, dass wir eben nicht nur an uns denken, sondern dass wir auch an unsere Mitmenschen denken. Dass wir nicht ganz so unüberlegt handeln. So möchte ich sagen. Ich glaube, dass dieser Mars im Krebs-Aspekt ist einfach ein bisschen ausbalanciert. So, das war das Wort, das mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ausbalanciert. Genau. Und das ist jetzt ganz schnell runtergerissen der März. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war ein kleiner Impuls, der euch... Na, jetzt fehlen mir die Worte. Der euch etwas mitgeben konnte. Schaut euch gerne dieses Video an, was ich da verlinkt habe. Ich lasse das hier so stehen und beginne jetzt mit den einzelnen Sternzeichen. Hallo meine lieben Krebse und herzlich willkommen zu eurer März-Legung. Meine Lieben, ihr seht hier schon einige Karten auf dem Tisch. Das liegt daran, dass ich euer Reading gerade schon mal aufgenommen habe. Aber irgendwie, ich glaube, ich muss mir mal ein neues Handy zulegen. Denn irgendwie gibt es plötzlich immer wieder Videodateien, die nicht verarbeitet werden wollen. Aus irgendeinem Grund machen wir das jetzt nochmal, weil es einfach so eine runde Botschaft ist und weil ihr diese Botschaft hören möchtet. Wir lassen uns jetzt hier von Technik nicht abhalten, mein Lieben. Okay, also, wir beginnen einfach. Ich wollte... Und eine Sache noch, du tust mir den Gefallen und spürst in dich hinein, ob das hier deine Geschichte ist, die ich erzähle oder nicht. Und wenn du direkt merkst, nee, passt gar nicht auf meine Situation, dann mach das Video bitte einfach aus. Denn dann ist diese Botschaft für jemand anderen bestimmt. So, ich wollte zu diesem Saturn-in-Fische-Transit eine Karte haben und hier fiel das magische Gebet raus. Dann wollte ich das astrologische Neujahr, der große Startschuss hier, auf der Welle des Erfolgs. Und hier hinten, Pluto in Wassermann, die Errettung. Die Karte lese ich euch gleich nochmal vor. Beziehungsweise, ich lese euch das gleich vor. So, macht das Sinn? Lass mich kurz überlegen, ob das Sinn macht, es euch gleich vorzulesen. Nee, ich lese es euch vor, aber ich fange erstmal an. Also, das magische Gebet, da geht es darum, deine Wünsche klar zu benennen. Da geht es darum, dich mit deinen Spirit Guides, mit Gott, mit dem Universum und was auch immer du glaubst, dich zu verbinden. Und hier mit dem Ass der Schwerter und dem Gehengten und dem Parschen der Münzen wirklich ganz klar das zu benennen, was du dir wünschst. Was in deinem Leben darf sich verändern? Wo in deinem Leben mit dem Gehengten fühlst du Stillstand? Wo, ich muss jetzt ein bisschen darüber schieben, wo brauchst du Unterstützung? Page der Münzen? Wo brauchst du Hilfestellung? Wie genau sieht diese Veränderung, die im März passiert, wie soll die aussehen? Mach dir da Ass der Schwerter wirklich ein ganz klares Bild. Nimm dir möglicherweise auch Zeit und formulier die. Mach da klare Affirmationen draus, also klare, positiv formulierte Sätze, wie das hier ausschauen soll, die Veränderung. Und dann, watch and wait, das ist das, was beim Gehengten gerade reinkam, watch and wait. Wenn du ganz klar weißt, was du willst, dann spitz deine Öhrchen, sei sehr aufmerksam. Die englischsprachigen Tarotleger sagen zum Gehengten oft, surrender to the divine, also gib es ans Universum ab. Und ja, schau, was es dir bringt. Denn auf der Welle des Erfolgs, also dieser Startschuss, der hier liegt, der kann dich in eine wundervolle Energie führen. Ich kann schon mal anteasern, hier hinten liegen die 10 Kerlchen. So, jetzt warst du da in dieser Energie oder du kommst aus dieser Energie vom magischen Gebet. Alles ist so, alles liegt noch so ein bisschen im Verborgenen und plötzlich, also hier liegt zwar kein Turm, aber ich habe trotzdem eine plötzliche Energie wahrgenommen mit dem Herrscher. Herrscher ist diese Witterenergie. Und plötzlich passiert etwas in deinem Leben, das dieser Manifestation hier gleicht. Also das Universum hat dich gehört. Das ist das, was hier liegt. Das Universum hat dich gehört und bringt dir einen neuen Menschen, eine Wiederbegegnung oder einen neuen Impuls, eine neue Energie, die verwandelt werden möchte. Ich habe das hier gerade schon mal gesagt, ich bin zwar kein Fußballer, aber ein Elfer verwandeln. So habe ich das irgendwie, also genau diese Metapher kam rein. Als würdest du einen Elfmeter schießen müssen. Und genau das sehe ich hier. So, dieses, okay, ich wünsche mir etwas, ich manifestiere das klar. Ich bin ein absolut klarer Channel, was ich haben will und wie das ausschaut, das überlasse ich dem Universum. So, Universum sagt, ich habe dich gehört Krebs, das was du hier bei Saturn in Fischer gemacht hast. Ich habe es gehört, ich zeige es dir, aber möglicherweise liegt irgendetwas ein bisschen im Verborgenen mit dem Mond. Also, so im, ist es das, was ich mir gewünscht habe oder so, es präsentiert sich anders, als ich dachte, soll ich es trotzdem machen. So, diese Energie liegt hier ein bisschen. Und dann hier hinten mit der Erwettung, jetzt lese ich euch das vor. Du bist stets in Sicherheit und Geborgenheit und darfst du selbst sein. Wer vom Erfolg verwöhnt ist, dem fällt es oft nicht leicht, um Hilfe zu bieten. Dies ist es doch, was du jetzt tun sollst, um in deinem Leben eine Erweiterung zu erfahren. Die wichtigste Form der Unterstützung, die du erwarten kannst, geht vom göttlichen Prinzip aus. Verbinde dich auf rechte Weise mit dem Göttlichen und du wirst sehen, dass viele Umstände sich wie durch Zauberhand fügen, um dir jede Hilfestellung zu bieten, der du bedarfst. Bitte, so wird dir gegeben. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Geborgenheit ist ein Ort in deinem Inneren. So, Geborgenheit ist ein Ort in deinem Inneren. Ich weiß nicht, ob es hier darum geht, etwas von außen anzunehmen, die Hilfe, sondern, dass ich nehme das so wahr, nimm das an, was das Universum dir zeigt. Denn deine Gebete wurden erhört, deine Manifestationen wurden erhört. Es zeigt sich möglicherweise anders, als du es dir vorgestellt hast. Das sagt mir nämlich der Mond und die Königin, der Schwerter zu. Du hattest hier, hast ja Schwerter mäßig, eine total, möglicherweise eine total klare Vorstellung, wie das ausschauen soll. Aber es gibt irgendetwas, was anders ist. Irgendetwas, was dich so ein bisschen in diese Überlegung oder möglicherweise auch in Zweifeln, Mond und die Königin der Schwerter bringt, ist es das. Und jetzt geht es zurück in dieses Vertrauen, zu sagen, ja, das ist es. Das ist mein Weg zur Fülle und ich öffne mich dem. Ich höre hier nicht auf das, was ich mir vorgestellt habe oder auf diese Bedingung, die ich möglicherweise gestellt habe, sondern ich öffne mich, hier der Wagen, ich öffne mich für das, was sich zeigt. Und Geborgenheit ist ein Ort im Inneren. Ich vertraue, ich vertraue, dass das der Weg zu den 10 Kelchen ist. Hier liegt ganz viel, ganz viel Energie von, hör auf dein Herz. Egal, was dein Kopf sagt oder egal, wie es möglicherweise auch von dem, was du dachtest, wie es sich zeigt. Wenn du dich abweichen möchtest, bleib in dir, bleib im Vertrauen und lass dich auf die Welle des Erfolgs ein. Denn ich habe das Gefühl, dass dieser Mut, den ich hier unten sehe, dein Mut, der Wagen und die Königin der Stäbe, dass dieses, okay, ich verwandle den Elfmeter, ich glaube daran, dass das genau das ist, was mich in diese positive Richtung bringt. Ich überwinde meine Ängste, meine Zweifel, meine Skepsis und lasse mich auf diese Reise ein, auf diesen Weg. Ich glaube, es beginnt mit einem Spark, so nenne ich es immer, mit einem Impuls, mit einem Feuer, irgendwas entzündet in dir. Dieses Entzünden löst aus, auf dein Herz zu vertrauen, deiner inneren Guidance zu folgen und diese Chance zu ergreifen, diesen Elfmeter zu verwandeln, weil du Aussicht auf den Kerlchen hast oder weiß ich nicht. Und dann fängt es an, sich zu verwurzeln. Hier kommen diese Wurzeln aus dem Ast der Münze raus. Also nimm an. Ich habe auch das Gefühl, das ist die Hand vom Universum oder möglicherweise auch das Angebot, das irgendwie im Außen erscheint, die Person, die im Außen in dein Leben tritt. Und es geht nur darum, nimm es an. Bleib im Vertrauen und nimm es an, weil genau das ist das, was du dir gewünscht hast. Also deine Manifestationsenergie ist offensichtlich on point, wenn du es schaffst, in die, ich will nicht sagen, in die Umwege des Universums zu vertrauen, sondern in die Wege des Universums zu vertrauen. Also wir haben hier drei Asse hinten liegen und die wollen genutzt werden. Da kann für dich eine wundervolle Reise beginnen. Wagen, Königin der Stäbe, die dich in die Fülle führt, die dich zu neuem Selbstbewusstsein führt, neue Leidenschaft, neue Kreativität. Also dieses Feuer will entzündet werden und dieses Feuer anzuzünden und diesen, ja witzig, hier ist dieser Spark, seht ihr ihn auf ihrer Handfläche? Da kann wirklich was draus, da kann wirklich was verwandelt werden. Eine, wie soll ich sagen? Ja. Da kann etwas Großes passieren, meine lieben Krebse. Das kann Liebe betreffen, das kann Job betreffen, das kann jeden anderen Bereich in deinem Leben auch betreffen. Wichtig ist nur, dass du dich hier nicht von der Unsicherheit und von der Angst leiten lässt, sondern dass du hier in diese Herrscherenergie kommst und sagst, okay, verstanden, ich habe es verstanden, ich erkenne es. Meine Seele sagt, ich nehme Impulse meiner Seele wahr, dass hier im Übrigen das Asse der Stäbe, nehme ich immer wahr als das Gesicht der hohen Priesterin. Ich erkenne diese Chance als solche und jetzt komme ich ins Vertrauen, um sie zu nutzen und bleibe in dieser Energie von, ich bin beschützt, das ist mein State of the Mind, ich bin beschützt, ich bin geborgen, mir kann nichts passieren, ich werde hier hinkommen. Mit dieser Einstellung, glaube ich, machst du hier in irgendeiner Art und Weise einen Durchmarsch, meine Lieben. Und so lasse ich das hier stehen, meine Lieben Krebse. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich stelle ein paar Fragen, ich kläre ein paar Karten ab, wir lassen noch ein paar zusätzliche Orakelkarten drauspringen und dann schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. So, für die Krebse unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, hier liegt ein riesengroßer Startschuss mit dem Herrscher und den drei Assen. Und jetzt fällt mir gerade erst auf, es sind ja vier Assen. Okay, witzig. Ist mir entgangen bis eben, meine Lieben, dass hier vier Assen liegen. Also hier liegen vier Assen auf dem Tisch, wirklich. Und mit dem Ass der Schwerter beginnt es. Mach dir deine Wünsche klar. Schreib sie auf. Mach dir ein Vision Board. Was genau brauchst du? Sende diese Gebete ab. Mach sie irgendwie real. Und dann surrender to the Divine. Gib es ans Universum ab. In welcher Form, durch welche Person, über welche Situation, durch welches Ereignis genau diese Wünsche erfüllt werden können. Und es wird sich präsentieren. Wirklich, diese Manifestationsenergie, die ist so stark. Und dann, wenn es sich präsentiert, dann greift danach. Also ich glaube nicht, dass das deine Hände sind, sondern als würde das Universum so sagen, Krebs, hier ist deine Wunscherfüllung. Und du darfst alle Zweifel, alle Sorgen, alle Unsicherheit über Bord werfen und darfst sagen, das ist es jetzt. Das ist mein neuer Weg. Das ist mein Leben. Ich gehe da voller Selbstbewusstsein dran, voller Tatendrang. Und ich fokussiere mich auf das, denn offensichtlich findet hier eine Art Errettung statt. Wie auch immer du das deuten möchtest. Also ich liebe es. Das ist der Ausgangspunkt, der all das bringt. Und so lasse ich das hier stehen. Liebe Krebse, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.